Online-Chefredakteur und Herausgeber Sohn Niki Fellner macht bei Österreich den nächsten Karriere-Schritt und kündigt auch gleich neue Online-Projekte an. Der Sohn von Wolfgang Fellner ist ab sofort Teil der Geschäftsführung des OE24-Netzwerks. Seit 2010 ist Niki Fellner Chefredakteur des Online-Netzwerks und seit 2011 zudem Chefredakteur der Tageszeitung Österreich. Für 17. Juni kündigt Fellner den Start eines eigenen Videoportals an, für das mit Society TV, Wetter TV und Fun TV täglich drei eigene Sendungsformate produziert werden.